Ja, willkommen zurück. Wir haben auf jeden Fall gerade schon eine Gesellschaft hier drin. Wir haben auch nicht wirklich die Gelegenheit dazu, uns großartig gerade in die Vorzugreifen. Ähnlich. Ich muss doch nahe, ich muss doch nahe, ich muss doch nahe. Boah. Das ist gerade echt ein bisschen tricky. Geht so. Der große Korinther ist ja schon tot. Ach, ich habe gerade aus Versehen noch eine Tour, eine Schublade geöffnet, wenn du beendet hast. Mach da ein bisschen was drin. Ich muss erstmal jetzt hier... Na, wo ist er denn? Also ich glaube, unten waren wir besser aufgehoben. Oh, das war Neste. Ich war gerade im Momentar. Nein, verdammt! Ich bin gerade geheilt. Oh, komm schon. Ich bin gerade noch nicht in der gesamten Situation. Ich bin gerade noch nicht in der Gegner. Nein, du bleibst tot. Was zur Hölle? Was zur Hölle macht der Typ da eigentlich? Der fickt irgendwo. Ich bin gerade echt überfordert. Du bist auch fast hohen. Ja, deswegen. Vielleicht. Ach, ich finde das besser. Exo-Camper. Kann ich jetzt eigentlich der wechseln? Ja, pass auf. Hallo und tschüss. Geht mal da weg. Lasst ihn mal reinkommen. Ich habe doch... Ich bin kein Fernsehender. Darf ich den Polizisten in die Luft sprengen? Äh, tut er keins von an. Er hat sich ignoriert, aber ich glaube, ich habe dich getroffen. Ja, das ist du. Können wir vielleicht bitte geheilt werden? Kann ich dich heilen irgendwie? Ich weiß nicht, ob das geht. Ach, ich bin schon in die Katze gelaufen. Wie viele von diesen Räumen hat der, die er komplett absperren kann? Hallo, er ist ein Waffenhändler. Wahrscheinlich, äh, äh, oder Waffenschmuggler. Wie war das mit Tank und da ist sie wirklich? Oh Gott, das ist echt... Ist sie doch, oder? Au. Ah, sie wird mich umarmen. Ich nutze gerade meine Eins und treib' mich mal ein paar Mal. Nein! Autsch, die Pfarrung ist in der Gesicht. Oh, oh. Geh weg, bitte, geh weg. Ich hab dich. Ich hab Schrot für Bissau. Das ist gut, weil, wie viel ist, du kannst hinzuschießen, wenn man willst, dann ist es trotzdem. Es ist tot! Alter. Boah. Danke, dass ich jetzt... ...heben ist noch ein cooles Kraut. Ich, äh, kombiniere erst mal. Ja, das ist eine gute Idee. Und... ...heilen. Tic Tacs. Yeah. Hey, hier ist auch eine grüne Pflanze. Was haben wir hier in dem kleinen Raum noch? Oh, hier ist noch ein bisschen Brandgranaten und... Ja, müssen wir noch. Oh, hi. Ich denke mal, dass wir da oben müssen. Wo kam der Zombie jetzt, ja? Ich fand da hin. Der lebt noch. Er hat mich durch den... Blubber, blubber, blubber. Ich glaube, wir müssen nach oben. Ich gucke mich gerade noch mal um ein bisschen hier. Ich glaube, aber hier ist nichts mehr. Ja, wir sind schon in Munition. Bei mir war es Schrot. Ja, wieder bei uns. Das ist gerade voll aufregend. Action, ja, doch. So langsam macht sich das Spiel. Vorher sind jetzt Leute hin. Okay, gut. Ähm, ja. Ich speier deine Munition, Mann. Ich glaube, was kommt jetzt? Äh. Lass deine Waffe hier. Lass deine Waffe hier. Fall ruhig. Ist mir egal, aber lass die Waffe hier. Oh Gott, schon wieder so viel. Oh nein. Ernsthaft? Ja. Ich muss jetzt mal nachladen. Wenigstens hat er noch eine Waffe. Ich habe mich gerade mal hingeworfen, wenn man ihn gesehen hat. Ah, wenn wir eine Pistole haben. Jetzt will ich keine Mutti mehr haben. Ich habe gute Pistole noch ein bisschen Mutti. Ah, hier ist schon ein Funkenziel. Au. Ich messer dich. Tut mir das schon mal drüber. Ich habe mich auch langsam mal sehen, dass ich sie gewöhnt. Loot hin. Loot hin. Scheiß auf alles andere. Zähmelt ja an Zombies. Egal, loot. Hier müssen wir runter. Was zur Hölle war das denn? Ich bin auf die drauf gelandet. Schon wieder. Oh. Guck mal, Gully. Wir können die Kamera nicht schenken. Get us out of here. Natürlich. Bestimmt. Genau, du wirst dich nicht angreifen. Ah. Ich komme gleich keine Waffe weg. Geh doch mal ein Stück. Stopp. Verpasst du auch mal. Alter, lass mich halt mehr. Geh denn hier rein. Da ist gerade ein Sonny reingekommen. Ähm, haben sich die beiden gerade gestrengt? Ja. Äh, ich habe keine Mutti. Ja. Und ich bin tot. Was ist denn passiert hier? Ich bin eigentlich tot. Ich bin... Ich habe kein Leben mehr. Ja, ich hatte auch noch ein Sitz. Ich bin tot, weil ich kein Leben mehr habe. Äh, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, ja. Ich war leicht überfordert mit der Situation gerade. Oh, guck mal. Oh, Ende des ersten Kapitels. Oh, guck mal, was da alles an irgendwelchen Zeug kommt. Äh. What the f... Also meine Genauigkeit war auf jeden Fall nicht so gut. Hey. Ich bin nur viermal gestorben. Ich nur zweimal. Besiegte Feinde. Zehn mehr hast du. Naja. Und ich habe weniger geschossen. Oh. Überlebende kooperiert, um zum Jahnstrom abzuwehren. Naja. Du warst auf jeden Fall, glaube ich, besser. Äh. Keine Ahnung. Ich habe den Überblick nicht. Ich auch nicht. Komplettierungszeiten, was auch immer. Zwei Stunden, ja. Die kommen hin. Wir haben ja noch eine Weile rumgestanden. Ja. Bisschen. Dann musstest du ja unbedingt was essen. Tja. Ich trinke jetzt auch noch mal was. Weil ich warten muss bis... Oder hast du es schon bestätigt gehabt? Nö. Ich kann es auf okay klucken. Mach mal. Dann kommen wir nämlich weiter. Ich warte nämlich auf dich. Ach so. Das war dein erstes Kapitel. Oh, jetzt kann man Fähigkeiten. Oh. Neue Fähigkeiten kaufen. Cool. Ja. Ja, her damit. Ich habe 15.000. Wie geil. Du. Das ist 15.350. 15.350 nur. Entweder kaufe ich mir Schusswaffen oder die ganzen kleinen Sachen. Verteidigung. Geringeren Schaden. Ja. Ruhige Hand. Rückstoß reduzieren. Ja, ich bin eigentlich gerade davon aus. Ich glaube, ich nehme die drei. Ja, doch. Ruhige Hand. Rückstoß und kriege Treffer. Oder? Das ist schwer. Oh, es gibt mehr. Es gibt noch mehr. Ich muss einfach mal runterscrollen. Oh Gott. Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal ruhige Hand gekauft. Mehr Munition. Armbrust. Oh, Granatwerfer. Gewehrklassen Magnum. Schrotflinte. Sturmgewehre. Hinzufügen einer zusätzlichen Vergrößerungsstufe für Scharfschutz und Zielfernrohr. Okay. Einzelgänger. Ein Partner wird davon abgehalten, ihnen zu helfen, wenn sie sich ja in einer Notsituation befinden. Einzelspieler. Wer kauft denn sowas, bitte? Leichte aus dem Klammer eines Feindes zu befreien brauche ich nicht. Erhöhung der Chance darauf, dass getötete Feinde Gegenstände fallen lassen. Mehr Gegenstände. Nehme ich mal. Äh, was? Ach ja. Nehme ich mal. Auf jeden Fall. Oh, Archivement get. Mehr Munition, Gewehrklasse. Ich will mich auch besser befreien können. Nachdem, was mir alles passiert ist. Befreien. Also ich kann mich ja relativ gut befreien. Letzter Schuss. Wenn ich es denn mal muss, ne? Und dann nehmen wir noch. Rückstoßreduzierung und den kritischen Treffer. Das haben wir noch 1700. Die behalte ich mal. Zombiejäger klingt gut. Ja, das klingt echt nicht schlecht, aber ich habe meine drei so. Ah, Verteidigung. Ruhige Hand kann ich, glaube ich. Ja, doch kann ich gebrauchen. Du musst dich dann auch nur so nach links ziehen, ne? Immer so. Was? Erstmal kannst du nur drei Stück wählen und dann musst du dich auch nur so nach links ziehen. In deine Auswahlfenster. Ach, wie blöd ist das denn? Ja, leicht blöd. Dann hätte ich mir kritische Treffer auch sparen können. Oder irgendwas davon. Ich glaube, ich war hier der Rückstoß, ne? Zombiejäger oder Verteidigung. Verteidigung nicht, denn wir sind Zombiejäger. Zombiejäger. Okay. Kaufen, ausbauen, ausrüsten. Ja, die restlichen spare ich mir. Verlassung, ja. Verlassen mit Escape. Ich fand es cool, als man die Waffen noch upgraden konnte. Äh. Dann Resident Evil 5, ne? Ja. Und ich glaube, wir müssen langsam auch wieder eine Aufnahmepause machen. Nee, wir haben noch drei Minuten. Ja, ich sag's ja nur. Nachher sind wir wieder überfällig. Ja, wahrscheinlich. Wir können ja wahrscheinlich dann nach der Cut-10 aufhören. Wurde wahrscheinlich jeder zu kommen. Ja. Die Nuss-10, die wir getötet haben. Ja. Er war's, er hat Schuld. Oh, Zombie. Wie fährt man lange mit einem Auto in einer Zahnbürger? Er merkt euch das. Der Cut wird gemein. Wir haben noch eine Minute. Wir können natürlich hier so schon vorzeitig gleich aufhören. Warum hab ich deine Kamera? Keine Ahnung. Ich, belieb dafür. Äh. Äh, nachladen wäre nicht schlecht. 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 Ah, jetzt kann ich zielen. Ja, nicht nachladen wäre nicht. Das ist auch die Leute. Ja, bei mir auch nicht. Ich bin ganz schön zu haben, sonst geht es nicht danach. Ich bin tot. Was zum Teufel? Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ja, wir sehen uns in 30 Sekunden. Machen wir jetzt schnell die Aufnahmepause. Bis dann.